Moin mein Hund, hallo Leute, hier ist mal wieder Mr.Hafelmoos und das ist der gute Max. Ja, ich begrüße euch wieder zu einer weiteren Runde von Max Payne 3. Wir wurden, also wir haben gestern leider unseren Auftraggeber verloren, den guten Rodrigo Branco. Der wurde assassinated in seiner eigenen Firma, die gleichzeitig auch dann noch mega an den Arsch gegangen ist, die komplett zusammengebrochen ist. Wir haben uns daraufhin mit Max, einem der Überlebenden, der Angreifer gekreilt und haben herausgefunden, dass die gute Fabiana, also die Frau von Rodrigo, anscheinend hier in Sao Paulo ist, irgendwo in den Slums, äh, uah. Es war eine Sache, die ich gelernt habe, seit ich hier war. Es war, dass die Brasile aus der Wunde einen Ball kamen und für Kinder wie diese kamen, war es eine legale Chance, um es hier rauszukommen. Und wurden dann im Slum erstmal fett von, äh, drei Typen zusammengeschlagen, also am Gewehrkolben in die Fresse bekommen. Unsere Sonnenbrille wurden uns weggenommen. Echt nicht cool. Ja, und jetzt sind wir hier. Hallo, äh, hola. Fala Ingles. Ähm, ich bin ein bisschen verloren. Perdiado. Unde, äh, 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 stu? Ich bin in einem Lugare errado, Papa. Ah, ich verstehe nicht. Ich brauche ein Telefon, ein Telefon. Woher? Publico. Agenz, nö. Agenz, nö. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Ah, ja. Gastfreundschaft für großgeschrieben. Merkt man schon. Aufgeschissen. Es gab eine Bar vorhin. Die Ironie war nicht auf mich verloren. Ich dachte, Sobriete war kein Geheimnis mit mir tot. Alles kaputt, alles im Arsch. Echt kein schöner Ort, diese Faveas, muss man aber immer sagen. Das ist so. Ich hoffe, dass dieser klassisch-kollektor-kollektor hätte ein Telefon, damit ich mich auf den Passos could. Egal das oder eine Fäcke, damit ich mich selbst schiebe und diese Kinder zu beobachten. Hey, Telefon! Telefon, da unten. Wenn du in einem Land ausreichend und du nicht wissen die Worte für Reversed Charges und du in einem schlauch-Skin-Jun in der Mitte eines Schlimmes die einfach alle letzte Worte verabschiedet von dir und du dich einen Schwerf, dann du du bist ein Verlust. Hey, Matt! Kann ich dir eine Bier? Ich weiß dich? Ich denke nicht so. Wenn du mich schraubst, machst du schnell, ich bin ein bisschen busy. Wenn ich dich schraubst, würde ich nicht ein Bier schraubst. Oh, Möpse. Noch mehr Möpse. Ja, gut. Wilson das Sil. Sehr gut, dich zu treffen. Schön, dich zu treffen, glaube ich. Auch wenn ich mich, wenn ich mich nicht verabschiede, dass ich als mein Körper verabschiede. Du hast einen tollen Job, nach dem Rodrigo Branco. Fuck you. Du bist aufgebaut. Bet your ass, ich war. Jetzt, lass mich etwas fragen. Hast du schon gesehen, diesen Mann? Sejano. Ja, er ist ein echtes Freund. Ja, er hat seine Gang aus dem Geschäft gebracht. Aber keine Angst, diese Leute, sie sind ein kleiner Freund. Dies ist der Mann, die ich interessiere. Neves. Und hier ist sein kleiner Freund. Milo Hegel. Sie arbeiten für dieses Vigilante-Gruppe. Ja, ich weiß ihn. Sie sind sehr populär mit politikern. Wie Victor Branco. Sie sehen, viele Jahre vorhin, er hat sich ein paar Vigilante-Gruppe geöffnet. Rodrigo Branco. Er wollte sich entwickeln. Rodrigo Branco? Ja. Er hat etwas sehr schlechtes gemacht. Auf jeden Fall, hast du nie gesehen... diesen Mann? Vielleicht in der Stadion. Ich wusste, dass du in diesem Geschäft bist. Ich wollte das investigieren, aber ich habe eine Art, um es zu schützieren, auf ein paar Lokal-Street-Kids. Ich erzähle mich, was ist da? Nichts. Wir haben nur ein paar Geld für diesen Mann, für ein Ransom-Exchange, wenn dieser Mann, die wir uns, und alle alle. Apart von dir und dein Mann, Pasos. Das stimmt. Wir mussten uns aus dem Weg raus. Sie lassen dich weg. Es ist okay. Es ist ein bisschen weird, aber ich weiß, ich weiß, dass Viktor Branco ist. Ich weiß, wie oder warum. Und ich weiß, dass die Ufe sind, aber ich weiß, wie oder warum. Und ich weiß, Und du wirst? Der Moment wird kommen, wenn ich alle diese Sachen zusammengehebe. Und dann, jemand wird kommen, und ein Blatt in meine Hände. Anyway, listen. Ich glaube, du möchtest das. Vielen Dank. Danke. Ich werde es. Und wenn es Fabianna Branco kommt, ich denke, sie ist auf die Hände. So, warum nicht du gehst? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kämpfe. Ich kämpfe. Ich kämpfe. Aber wenn ich auf die Hände, jetzt bin ich, in drei Minuten oder weniger. Vielleicht auch, Max. Du bist jetzt in der Jungle. Du bist jetzt in der Jungle. So, es scheint. Wenn du überstehst, wenn du überstehst, wenn du überstehst, dann sprichst. Du helst mir. Und ich werde, was ich kann, um dich zu helfen. Good luck. Ich wusste nicht, was ich zu machen, was dieser Mann hat mir gesagt. Was ist wahr, und was einfach was jemand anderes' convenientes. Dann, ein less-than-friendly locals kamen und mich in der falsche mood zu party. BAM! 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 Der arme Parakuper! Er war so ein Herzchen. Fuck. Okay. Nee, gib mir mal lieber die 1911er. Boah! Ich bin ein großer Freund des Colts. Alter! Wow! Da hab ich mal grad richtig fett kassiert, ey. Huh! Meine Güte, ey. Die wollten es aber auch jetzt wissen, ne? Was haben wir in die Hände noch? Na, AK! noch mehr! Geil! Oh, Geil! Okay, das ist noch keine. Die nehmen wir auch mal mit, ne? Warte, dann nehmen wir... Lassen wir den Revolver da jetzt mal ehrlich. Oh, was haben wir denn hier noch? Na, AK! Ja! Dankeschön! BAM, Junge! One hit down! Don't fuck with me! Don't fuck with fucking Max, fucker! Oh, ich sollte mehr fucks in meine Sätze einfach. So! Dankeschön! Wir sind beide, hast du es erst kurz. So, wie mach ich das denn jetzt? So! So! Oh fuck! Das hätte echt schlechter laufen können, fällt mir gar mal so auf. War hier noch irgendwas? Oh ja, da sind echt noch Schmerzmittel. Dankeschön! Meine Güte, werde ich ja mit Schmerzmitteln überhäuft! Hallo Frau! Ne, da hinten gibt's keine Schmerzmittel. So! Die Show ist vorbei. Es war Zeit für mich raus. Nein, Schmerzmittel! Por favor, Amigo! Nein, nein! Relax, Soldier. Du bist Amerikaner? Oh, jees, buddy. Ich bin glücklich zu sehen. Oh, fuck! Ich bin zu dieser Schmerzmittel für die letzten fünf Jahre. Es ist wie ein fucking insane Asylum. Aber es hat die cheapest Pussy in der Welt. Fuck me! Ich bin... Du bist in der Schmerzmittel in der Schlung, pal, mit dem weiß was. Ich bin ein Businessman, man. Und sie waren vollständig legal. In diesem Land. Ich denke... Und ich weiß, wie zu sagen, okay? Es ist nicht meine Schuld, Mann. Es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld, okay? Nein! Ich habe einen schönen Tag. Die Welt ist verbrannt. Jesus. Was ein fucking... Nein! Gib mir die AK wieder. Gott sei Dank. Es war Montagabend. Und ich habe bereits aus einer Party getrunken. Ich gehe in einen Stripclub und gehe in einen Bar-Fight. Diese letzte Mühle-Krisis war sicherlich alle Boxen. Nein! Okay, da ist keiner. Schade. Das wäre jetzt irgendwie cool gewesen. Aber gut. Halt nicht. Dann gehen wir halt woanders lang. Ich auch gerne. Ist das gar nicht wunderbar gewesen? Ich bin die Vollgasin! Wenn wir uns gehören wollen! Noch mal! Das war es so. Das war sehr wichtig. Die Feuerwerksdiskussion war sicherlich in meiner Ehre, um sicher, dass alle neue, die röde Karpette für ihre Überraschungsgäste rauskriegen. Oh. Na dann, sollen sie kommen. Ich ging in eine andere, nicht so willkommen Party. Diese Hüte sahen nicht wie Kommando Sombra. Nicht, dass ich mich faszinierend hätte. Das war sicherlich ihre TÜRF. Und ich habe einfach ihre Lieblingszweine abgeschossen. Komm, komm, lad nach. Jede Kugel einzeln. What? Ich habe gerade irgendein Achievement bei Scheme gekriegt. Achja, ich sollte vielleicht mal einen Painkiller nehmen. Ich kann das vergessen, Freunde. Nicht mit mir. Ich bin jetzt nicht so. Oh, ich liebe die AK. So ein geiles Gerät. Oh oh. Darunter wollte ich eigentlich nicht. Na ja, drauf geschissen. Aua. Huch. Machen wir mal. Erstmal nachladen. Oh ja, ich sollte vielleicht auch nochmal einen Painkiller nehmen. Ach komm, jetzt wollen wir jetzt hin. Komm. Oh. Einer weniger, um die man sich Sorgen machen muss. Okay, gleich habe ich ein kleines Munitionsproblem. Puh, das hat gerade noch so gereicht. Warum ist er denn jetzt hingefallen zum Teufel? War der ja schon draufgekommen? Alter, die M1911 ist echt so ein geiles Gerät. Oh fuck, ich habe keine Painkiller mehr. Jetzt habe ich ein Problem, Freunde. Ohne Painkiller war das hier nämlich echt kein Spaß, glaube ich. Ach cool, ich habe ja sogar noch eine Micro SMG. Okay. All it cool, all it cool. Was ich erstmal brauche, sind ein paar Painkillers. Oh. Oh. Mann, das Schloss ist ja riesig. Ich konnte eine Frau grüße, eine Frau grüße. Ich dachte, ich habe Fabiana gefunden. Aber instead habe ich über eine Testosterone festgelegt. ein paar junge Punks mit Schäden zu töten, die in der Zeit die einzige, wie sie wussten, wie sie wussten. Nova Esperanzia war nicht genau ein Essen und Film- und Film- und Ort. Ich erinnere mich, die Hütten, die mich zuvor geraten. Ich habe versucht, zu entscheiden, ob ich diese Party auf der Party oder zurückkehren als meine natürliche Gräse und Finesse hat die Entscheidung für mich gemacht. Sehr gut. Woah. Woah. Ja voll. Oh, da haben wir ja wieder einen AK. Dankeschön. Ah. Irgendwie trau ich den ganzen Pien hier noch nicht. Ich verstehe mich nicht. Oh, ich schieße ja her da. Ah, das war gerade nicht schlecht. Muss ich mir immer selber auf die Schulter klopfen. Läuft mir grad noch einer? Ich seh das immer so schlecht. Ach, was soll man denn hier? Ah! Ich versteh nur grad nicht, was mir dieses Leuchtpunkt-Visier herbringen sollte irgendwie. Also ich glaub, man ist ohne besser dran, wenn ich ehrlich bin. Da hat man viel mehr Übersicht. Deswegen lass ich das jetzt mal hier. Na, jawohl. Alter. Das war Glück. Muss man nochmal haben. Okay, jetzt nehm ich's vielleicht doch mit. Oh, ich hab Hangkellers bekommen. Ich hör das doch unten. Loll, von hinter mir? Wo kam der her? Können wir gleich mal nehmen. Meine Fresse, der kam ja aus dem Nichts. Ha, alles cool. Aber auch nicht. Noch mehr? Ich wusste es doch. Das hört sich aber irgendwie nicht Spanisch an, was die reden, wenn ich ehrlich bin. Das hört sich mehr Russisch, beziehungsweise Polnisch an. Irgendwie so auf jeden Fall. Nachladen. Ja, doch. Ich glaub, ich bin ein größerer Freund der Schnellfeuerpistolen. Oh, der hat gesessen, Alter. Ja, komm, gib mir die AK, jetzt mal ehrlich. Oh, man muss sich schon ziemlich konzentrieren. Auch wenn ich es nur auf Normal spiele. Es ist doch schon... ...recht anspruchsvoll, finde ich zumindest. Oh, na jawohl. Noch ein Teil von der goldenen Waffe. Das war jetzt doof nachgeladen. Bam, 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 bam. Okay. Okay. Oh, ja, Painkillers. Ja, komm. Ja, echt mal, da hat er recht. Oh, da liegt noch AKs rum. Sehr schön. Munition ist ein, äh, gern gesehener Gast. Ich habe Angst. Nein, nicht wirklich Angst, aber... Ich habe Respekt vor dem, was mich erwarten könnte. Wie ehrlich bin. Wo geht's jetzt hin? Ach ja, oder was? Ah, ich glaube, das kriegen wir hin, Max. Das kriegen wir schon hin. Haben wir hier noch was? Oh, ja. Noch mehr Painkillers. Ähm. Was zum Teufel macht da ein Elikopter hier? Was haben wir hier? Oh, jawohl. Es lohnt sich echt. Ab und zu mal ein bisschen so links und rechts. Nebenher zu gucken. Ja, guck einer an. Zwei von drei Teilen der goldenen Spaß. Nice. Und vier Painkillers. Ah, okay. Wollte ich nämlich gerade erschießen. Die ganze Zeit so verdächtig am Fenster hangen. Da ist es nicht zusammen, Junge. Oh. Boah, der hat hier gesessen. Ich hör dich da oben. Komm raus. Ich will ja eigentlich nicht weiter aufrücken, wenn ich weiß, dass da welches Sinn ist. Oh, naja, was bleibt mir anderes übrig, ne? Ich hab auch dieses chronische, äh, Nachladen-Problem. Also, sobald ich irgendwas gekillt habe, muss ich immer nachladen. Und das ist, glaub ich, eher kontraproduktiv hier. Hab ich ihn jetzt noch ausgestellt, bevor er die Scheißfacke gemacht hat? Oder danach erst? Schnauze. Tod ist ab. Geh mal hier runter. Wer hätte das gedacht? Jawohl. Der goldene Spaß. Doof, dass ich die jetzt nicht nutzen kann. Ach, wahrscheinlich ist dafür jetzt jede Spaß, die ich finde, aus Gold oder sich. Wie darf ich das sehen? Na, mal sehen. Na? Da ist einer. Oh, da ist er auch einer. Max, du stehst hier selber wieder im Ziel. Das ist doch kacke. Jawohl. Bam, 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 bam. Schnauze. Das war ein sicherer medische Detox. Den habe ich erst jetzt verstanden gehabt. Entschuldigt. Jede Ecke angucken. Geht's da nicht hoch? Wo geht's denn dann? Hier da? Flyer untersuchen. Giovanna, Charity-Worker, Socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in two worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Okay. Geht's denn dann weiter? Bestimmt einfach die andere Richtung, oder? Ich bin grad verwirrt. Da hochkomm ich nicht mehr. Oh, Spiel. Sagen wir mal, wo muss ich denn lang? Da anscheinend nicht. Aber ich muss doch dann... Ah, ach hier. Komm schon raus, Kollege. Merde! Bam. Kropustes Radio. Hätte ich gerne auch. Gibt's denn das zu kaufen? Ah, shit. Ich habe mir ja schon umgebracht. So. So. Mit dem Kopf vor Land, ey. Ein typischer Max. So, du darfst dich hinlegen. Das ist doch bestimmt noch was für mich hier, oder? Ein bisschen Pain-Killers, oder so. Nö? Ich bin enttäuscht. Kommt ja einfach mal so aus im Nichts, ey. Ah, das ist Pain-Killer reinhauen. Hast du noch was? Das ist doch scheiße. Ihr könnt nicht einfach aus irgendwelchen Dingern rauskommen und dann nix haben. Da ist doch 100 Pro in der Drille. Kann mir auch keiner erzählen, dass hier keiner drin ist. Tja, jetzt müsstest du nur noch treffen, wa? Und jetzt mal ehrlich, Max. Also wirklich zäher sind die auch nicht. Also würde ich zumindest denken. Ich meine, klar. Wir ballern ja auch hier mit einer AK-47. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist ein ziemlich großes Kaliber schon. Alter. Ja, genau. Damn. Okay. Aua. Verdammt, hab ich. Aua. Hör doch mal auf damit. Ah, ja, so. Loll, was machst denn du, Max? Ich wusste doch, dass ihr nur das neue Änderung cremert. Das war so klar. Einer ist noch. Einer ist noch. Komm, zeig dein Köpfchen. Ah, es sind sogar noch zwei. Ich glaube, einer ist noch da drin. Zumindest hat sich gerade so angehört, als ob da noch einer war. Da ist einer. A-Z, Junge. Ist hier jetzt Ruhe oder was? Laufen's mal. Ich zumindest hoffe es. Was, auf der Toilette sind keine Painkiller? Ich bin enttäuscht. So, Freunde. Und alle, die dachten, dass es jetzt auch noch weiter geht mit dem Part, den muss ich leider auch enttäuschen. Denn 30 Minuten sind vorbei. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, einzuschalten. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lass ein nettes Kommi da. Ich würde mich wie immer freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Max Payne 3. Zumindest hoffe ich das. Und bis dann. Macht's gut. Hau da rein. Ciao, ciao.